Ich grüße das Gemüse. Willkommen zu FIFA 20 Karriere mit dem TSV Hartberg. Es geht gegen Rapid Wien. Wir hoffen, wir können den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitnehmen. 6 zu 2 gegen Salzburg gewonnen und zuletzt der höchste Sieg ever in der Vereinsgeschichte. Wundersiegergeschichte. 10 zu 0 gegen Lask Linz. Ja, und nach dieser Meisterschaftspartie, es sind zwar immer noch 9 Punkte, Salzburg will nicht verlieren. Geht es dann in der Champions League weiter. Und zwar gegen Atletico Madrid. Spanische Mannschaft Nummer 3. Mal sehen, ob wir auch diese rauskicken können. Pass auf, Hübner. Ja, Rapid ist immer so ein Gegner, da weiß man nicht, wo man ist. Einmal haben sie stark gespielt, dann ein schlechtes Spiel. Ja, aber sie spielen stark. Und man merkt, sie wollen das Tor machen. So, Meier steht wieder im Tor. Damit sich Gruber fit machen, auslassen kann. Wie das bevorsteht, der Champions League Duell. Und 1 zu 0. Joe Julio Bonessa. Läuft weiter bei den Hartbergern. So, Ostrak. 2 zu 0. Wahnsinn. Wie einfach, dass plötzlich alles geht. Ja, Raik Repp, ja, noch immer verletzt. Aber wir haben einen guten Ersatz auf der Bank. Gott sei Dank. Ja. Ja, Rapid etwas spielfreudiger als zuletzt. Das geht's. Ja. 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 Gegenhin stand uns schon 3 zu 0. Oh. Gute Wolle. Ah, aber immer noch mit Pressing unterwegs. Und, komm! Offside door. Schön, aber dann auch im Bedrängnis, brauchte den Ball nicht schön nehmen. Ja, genau, und schon wieder, und 2 zu 1, war ein schöner Treffer, muss man sagen. Ja, unhaltbar geschossen, 2 zu 1. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Nein! Nein! Nein, Reina! Hm! Die Gung hat gebaßt! Stabla! Oh! Es ist hier den Barab nehmen! Und wir fahren zurück! Und wir fahren zurück! Oh, ja! Oh, nein! Und ist er! 3-2-1! Mit Kopfstand! Aber gut gespielt! Mit seiner immer! 13. Treffer! Oh! 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 Oha. Und Halbzeit. 3 zu 1 die Führung gegen Rapid Wien. Ja, sie nehmen den Schwung mit. Alles passt bis auf das eine Gegentor, aber das passiert. Jetzt dranbleiben. Gut verteidigt von Winter. Ah. Warum macht er diesen? Ah. Ah. Ah, Mann. Ah. 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 4 zu 1. Schönes Ding. Führung ausgebaut. und Tor Kevin Hübner, Otto Weiße, Otto Weiße mit dem Treffer, da ist Hübner, Sian, 5 zu 1, schöner Schuss, Boah, Jut, den hat er Jut genommen, nicht schlecht, erstes Tor, oha, letzte Saison hat er mehr gemacht, vorher war nicht so gut beträgt, aber jetzt, endlich, nach mehreren Spielen hat er es endlich gemacht, war ich schon oft knapp dran, aber leider oftmals am Goalie gescheitert, ja, oh, Meier mit der Parade, und Weißer, und warum bekommt Stadler jetzt die gelbe Karte, das verstehe ich überhaupt nicht, Oh, Boah, Oh, Boah, Oh, Boah, Und, ja, 5 zu 2 5 zu 2, Therese Campbell, So, Wechsel, auch noch liegt es, Wien kommt jetzt, Oh, 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 Boah, da gibt's nix Und Meier mit der Verlade So, Reyna endlich aus dem Spiel Und ist er ... nein ... da legt sich einer ... Boah, den paar ... Uh ... Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Boah, ich habe Glück gehabt. Ah, Gabichler, was ist jetzt der Hardang? Da Würzberger. Und Austrag. 6 zu 2. Auch er wieder nach langem mit einem Treffer. Siebentes Tor. So lange ist nicht mehr zu gehen. Siebentes Tor. 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 Siebentes Tor.